Es war eine Feier, fast ein bisschen im familiären Rahmen, dafür aber durchaus stimmungsvoll, lustig und natürlich viel sportlich. Bei der Weiherfeier in Langenpreising konnten sich Teams im Schlauchboot fahren, so wie in den urbayerischen Disziplin des Sautrucksrennen messen. Verantwortlich war dafür unter anderem Mike Spierig, der sich nicht nur als DJ, sondern auch als Sportreporter betätigte. Unterstützt wurde er dabei von Sandra Höllinger, die auch mit ihrem Gesangstalent das Publikum erfreute. Thomas Müller und Kerstin sind im Westen. Ja, ich will Spaß, ich gebe Gas. Super. Rudi und Maria. Und los geht's, wir sind auf 18 Finale. Hey, 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 was es auch geht.